Liebe Familien, wir, Katrin Grüninger, Schulsozialarbeiterin der Werkrealschule Dreisamtal und Martina Mödl, Jugendreferentin der Gemeinde Kirchzarten, wenden uns heute mit einer Videobotschaft an Sie. Wir möchten Sie über die anstehende GECKO-Studie informieren. GECKO steht für gesunde Kommune, gesundes Aufwachsen. Ziel dieser Studie ist es, herauszufinden, wie es unseren Kindern und Jugendlichen speziell auch nach der Corona-Pandemie geht. Wir wollen wissen, welche zusätzlichen Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche im Dreisamtal fehlen. Dazu wird in der Schule eine Befragung in unterschiedlichen Klassenstufen durchgeführt. Diese ist online und anonym und entspricht den Datenschutzrichtlinien. Damit die Kinder und Jugendlichen an dieser Studie teilnehmen dürfen, braucht die Schule ihr Einverständnis. Bitte geben Sie hierfür die ausgefüllten Einverständniserklärungen, die Sie im Anhang an diese Nachricht finden, oder die als Infobrief an den Schulen verteilt werden, mit. Das GECKO-Projekt liegt uns sehr, sehr am Herzen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn sehr, sehr viele Schüler und Schülerinnen teilnehmen würden. Vielen herzlichen Dank an Sie!